ja ich merke da war meine kiste die runde geht los wir sind wieder zurück und als gewinner der letzten runde darf ich gern voll diese runde ankündigen und ja wie was war was ist man aus das war drauf genau gerede cheetah tonik ja ist so ich weiß nicht wie ich da hingekommen bin aber okay ich hab mich gemeldet ja schon wieder habe ich muss abgeben habe nebst der spezielle der einfach nicht losgelaufen ist ja das weiß ich auch nicht weil man sich fenster geöffnet die meldung war berechtigt also da nach rechts scheiße ich habe mich doch mit den richtung kann noch nicht wahr steigen keine werbung doch in welcher erwartet am lauf und da ist einfach mal ganz ruhig in den arsch macht euch nicht unglücklich womit warum der du nicht du bist einfach schneller aber stört mich gerade gar nicht ja genau wenn der spezi schießt dann trifft er schon ja aber ich bin ein cheater ja aber ich bin ein cheater ich muss nicht gewinnen aber ich möchte nicht verlieren kann es ja schon mal mit der trottung nein also zum zweiten platz ist es ist verlieren das so hier gebe ich mal weiter warum wie sie bieten auf einmal sind alle dreimal so schnell wie was ist das denn für schützen mein Mann der P2 win kommt hier wenn wir jetzt ein 2 Euro im Monat und spielt sie so kauf ich 3 Mark nicht alle du bleibst erstmal jetzt muss ich schon mal den richtigen knopfdrucken zum drucken jetzt schon kontrolle ich wusste das können platzen überbewertet ich auch mal nicht muss ich einfach mal öfter waschen und raus hier nicht so viel kratzen so geht das ja gut das ist das einzige richtige bild heute hier also weiß ich noch nicht ja doch doch zeit zum einen gefroren werden ich bin heute mein schlechter gegner hier wird er besser möchte ich nicht oder einfach mal neues power up haben aber ich krieg das schon wieder ich wollte den spezi greifen in echt jetzt in echt jetzt ja ich bin wirklich voll ehrlich ja man doch gut gut verkackt und doch gut scheiße so verstehe ich bin die extra mal um die nächste runde nicht da sind und jetzt machen wir jetzt so vorsichtig ich denke ja weiß ich habe immer wie so ein bisschen da mann das war ein sehr wichtiger menschen mit einleitig gerade bis so geht der wettel an ich habe ich auch noch ihre schreiten warum diese gekloppt haben wir noch für euch klima stresst mir noch alles nur für euch für euch zuschauer innen zuschauer innen zuschauer innen das ist ein nein hier viel glück ruf nicht jawohl nein jawohl jawohl ja hier wieder rausgemacht zu früh ob sie mir die decke geknallt ja ich weiß auch weil ich schießt im rauch hatten geschossen um euch wo man nicht ganz vergessen ich will das nicht hauptsache ich will das spiel war der sliver er könnte auch noch mal zu spüren es ist ein jetzt ehrlich sieht man nicht so danach er spielt sie verkacket timo kein problem ist er konnte nur timo trefft muss ich konnte nur alles absicht kopf gestoßen Stryker! Lauf! Was ist denn? Konzentration! Du Scheiße! Das ist halt immer ein Vorteil. Da zum Beispiel! Was ist denn? Tschüss! Tschüss! Bleib weg! Genau! Bleib mal weg! Bleib mal weg! Aua! Gut abgeräumt habt ihr! Lass mich mal! Danke! Das ist fair! Hallo! Hallo! Bin gleich da! Oh nein! Das war ja super von mir! Wichtiger Blitzes! Ja! Das ist ja gut! Das war nicht die beste Idee, hier lang zu gehen, glaube ich! Nö! Deswegen sehe ich nichts! Ich dachte, ich drei das mal! Ja! Und? Ah! Dumm! Oh dumm! Oh dumm! Das ist nur der Weg, wenn du weit vorne bist, um alle zu killen! Boah! Oh! Oh! Schade! Er hat ne Kackstelle zum Gewinnen! Zu früh! Zu früh! Wiii! So! Hey! Wer ruft das Ding mir hinterher, ey! Was mach ich? Was mach ich? So! Weiß ich, was du machst! Eh! Eh! Ja! Ein bisschen Gas geben hier! Ja! Gib mal Gas! Ah! 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 Immer wieder gut! Ria, du kannst auch mal fangen! Kannst du nicht? Nö! Ich kann nicht so fangen! Ah! Boah! Der war... Wohlgemacht! Konseration! Oh! Nö! So, Timo! Wer ist nicht nervös? Ich? Nö! Warum sollte ich nervös werden? Oh, ich aber! Warum sollte ich nervös werden? Weiß ich nicht! Was dazu? Paketen oder Silvester-Party? Silvester-Party! Genau! Ja! Zufried! Boah! Timo! Ne, verspreid! Nordpads! Nordpads! Heut nicht! Heut will ich mal A-Fack! Heut will ich mal A-Fack! Heut will ich mal A-Fack! Heut mache ich mal A-Fack! Heut mache ich A-Fack! Heut mache ich A-Fack! Heut fang nur ein... gar nichts hier muss ich hüpfen ja genau nicht schlecht nicht schlechter 1.000 ich habe das wesen mit adrenalin kick ich sage durch initialisieren ich bin sehr schnell ich bin zweimal perfekt ich glaube den muss das hier ist die eingefroren entschuldigen sie bitte was habe ich denn jetzt okay ja ist klar okay erst mal die map die da kennenlernen das ist immer das größte problem und die promo sei weil es mal klappt hat ja weil ich nicht auch nicht schlimm die kleinen bildschirm er ist mein display größer ehrlich aber mit toto mit spät spannend das echt spannend fehler einfach dass wir beide nicht schon wieder dieser stelle ich möchte das nicht ach ja er muss einfach weiter Ja, ne, und so. Ja, sehr. Tschüss. Kiste? Hüppen. Kiste? Ach, ne. Genau, nochmal Kiste. Ihr müsst rechts lang. Traut mir. Ja. Ja, sind wir doch. Das ist gar kein Problem. Coole Abkürzung. Geht so. Ey, warte mal, hallo. Mach mal nicht diesen. Gib mir mit, doch nicht. Geh, bleib stehen. Oh, ja klar, Alter. Im Downside sind ihr schneller als ich, ey. Ui. Ach, woher ist der? Der Flughafen ist. Ab in den Urlaub. Ey, Flughafen spielen wir nicht mehr. Geh es raus, nicht? Geh es raus. Fällt mir so gar nicht. Hey, warte mal, mach mal gut, war gut. So, halt, stimmt. Ja, Spitz, du blöder, kleiner Penner, weißt du. Mach den kaputt, los. Mach den Spitzig kaputt. Dann mach den mal nicht ganz alleine. Ja, ich so. Warte. Nein. Ja, sehr gut. Sehr schön. Das ist mir egal. So, der Rest ist mir egal. Und die Station, die Rache aus der letzten Folge, Mann. Ist mir egal. Verdrücken, verdrücken. Egal. 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 Nochmal springen. Nochmal springen. Schneller sein. Schneller sein. Schneller sein? ja ich merke da war meine kiste schon wieder ein puls von direkt zweimal von einer kiste mal ruhig machen ja jetzt macht Ach, das machst du auch, oder was? Danke, Jim. Du bist ein echter Freund. Ach, scheiß nicht. Rottel. Hey. Viel Glück. Danke, danke. Mach nix. Ah, fuck. Nee, nee, nee. Warum nicht? Lass mal doch machen. Imo. Ja. Bitte. Warten kaputt. Mach ich. Ja, mach der doch eh. Verstehen. Nooo. Ja, jetzt geb ich dir nochmal ne Chance wieder zu kommen. Hey. Och, ich bin so dumm. Das richtig. Oh, ja. Okay, wir sind zusammen dumm. Ja, gut. Richtig. Vor allem weil nix, sie ist hier. Wieso mich? Wo bin ich? Wo bist du? What? Weiß ich nicht. Ach so. Ach so. Nee, ist klar. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Was? Ich bin so dumm. Ja, super cool. Safe. Ich bin so dumm. Oh, scheiße. Gebt kein nächstes Mal. Ich bin so dumm. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal bei irgendeinem Prokeeper oder so Bis dann, ciao Tschüss Tschüss